Milan ist ja seit vielen Jahren bekannt als Zirkeltrainingsystem, als vollelektronisches, softwareunterstütztes Zirkeltrainingsystem, das sich aber sukzessive weiterentwickelt. Und heute präsentieren wir hier auf der FIBO ein System, das nennt sich Connected Training System. Das ist ein System, das wir in den letzten zweieinhalb Jahren sukzessive, konsequent entwickelt haben und das bedeutet, und das wird hier auf diesem FIBO-Stand auch präsentiert, dass man alle Informationen, die Training und Betreuung eines Mitglieds betreffen, zusammengefasst werden können und genutzt werden können, um im Sinne einer Segmentierung von Kunden noch spezifischer, noch erfolgreicher betreuen zu können. Beginnen wir vielleicht am besten mit der neuen Q-Serie, eine neue Geräteserie, das ist das Auffälligste hier am Stand natürlich, ein komplett neues Design, das heißt die Optik der Geräte ist schon anders, aber natürlich geht es nicht rein um die Optik, sondern vor allem um die Funktion und den Nutzen, den man daraus gewinnen kann. Ein Teil der Q-Serie ist natürlich unter dem Überbegriff Gamification definiert, abgeleitet natürlich vom Spielerischen, wir müssen Menschen motivieren zu trainieren, Training ist meistens eine Überwindung, Training tut weh, Lust zum Training, Freude auf Training haben wenig, aber sie wissen natürlich, dass es ihnen insgesamt gut tut für ihre Gesundheit und wir wollen das spielerisch gestalten, um Menschen eben zu motivieren, dass sie konsequent trainieren, dass sie nachhaltig trainieren und vor allem, dass sie nicht abbrechen, sondern dass sie zufrieden sind und beim Training bleiben und ihre Ziele erreichen. Ja, die Kooperationen betreffen eigentlich das, was ich mit dem Begriff Connected Training System schon angedeutet habe, das heißt wir vernetzen Informationen, Software, Trainingsdaten, aber auch Managementdaten in einer Systematik, dass sie besser vom Trainer oder vom Betreiber genutzt werden können, das heißt Kooperationen betreffen eigentlich alle Unternehmen, die dazu beitragen, dass eine Trainingseinrichtung erfolgreich arbeiten kann, die Daten liefert und dass diese eben mit in einer einheitlichen Systematik zusammengefasst werden können, das heißt es sind Körperanalyse-Daten, das sind Testdaten, das sind wie gesagt Managementdaten, aber auch Trainingsdaten aus ganz anderen Gerätebereichen als Milan. Wie ist die Kooperationen? Pfeife ist seit vielen Jahren ein sehr enger und wichtiger Partner für uns, das hat einerseits damit begonnen, dass wir wissen, dass das Training mit den Pfeife-Geräten, das Training mit den Milan-Geräten optimal ergänzen kann und so gesehen war es eigentlich nur ein logischer nächster Schritt, dass wir gemeinsam mit Pfeife die Trainingsdokumentation innerhalb der Milan-Care mit abbilden, das heißt man kann heute auch einen Pfeife-Trainingsplan über die Care erstellen in Ergänzung zu einem Milan-Training zum Beispiel und kann dieses Training auch dokumentieren und auswerten. Ja ganz wichtig ist denke ich mir auch Milan.me, eine App für die Trainierenden, also für die Endkunden, die die Kommunikation zwischen dem Trainer und dem Trainierenden verbessern soll, die aber auch eben, sind wir wieder im Bereich Motivation, die motivieren soll, die informativ sein soll, die erlauben soll, dass man sich gegenseitig zum Training einlädt, dass man sich vergleichen kann, das gehört alles dazu, um wie gesagt einerseits die Kommunikation zu verbessern und andererseits die Motivation zu erhöhen. Schlussendlich geht es uns darum, dass Menschen, die trainieren auch beim Training bleiben, im Studio bleiben und uns auch weiterempfehlen. Die Milan-Care ist das Herzstück eines Connected Training Systems, da läuft alles zusammen, heißt aber auch, dass natürlich die Informationen zusammenkommen, um diese dann wiederum für die Betreuung noch besser zu nutzen. Wir haben auch, möchte ich noch erwähnen, mit Milanizer 3.0 eine nächste Evolution des Milanizers, den man vor zwei Jahren vorgestellt hat, hier gebracht, wo wir gemeinsam mit FIVE auch noch einen Bewähigkeitstest abbilden, der sehr, sehr gut angekommen ist und das freut uns natürlich.